hallo und herzlich willkommen bei finanzimpuls ich bin alex in diesem video klären wir einige details zum nasdaq 100 und vor allem welches ist eigentlich der beste etf auf den nasdaq 100 los geht's der nasdaq 100 ist eigentlich im volksmund bekannt als technologieindex als großer technologieindex und wir gucken uns diesen index zunächst einmal uns etwas genauer an und wir gucken uns hier als allererstes mal die performance vom nasdaq 100 an stand 12 juli 17 uhr 15 20.331 zähler wir hatten den letzten letzten höchststand mit 20.675 punkte am 10 juli in der sechsmonatsübersicht sieht das auch alles sehr positiv aus jahresmäßig mit 30,56 prozent sieht das auch hervorragend aus von der jahres performance fünf jahres performance 156 prozent knapp und wenn wir hier von diesem letzten tief 20 märz hier mal durchgehen dann haben wir hier auch eine performance von über 190 prozent also das ist wirklich wahnsinnig gut in so kurzer zeit also unter fünf jahren und die maximale ansicht sagt uns hier dass wir seit 1995 hier eine performance von 4434 prozent gehabt haben oder 19.883 punkte das heißt wir waren bei 448 punkte 1995 und du siehst dass ich dieser index und auch wertpapiere darauf etf zum beispiel sich vervielfacht haben und man sieht hier auch 1999 2000 dot com bubble hatten seine gedauert bis sich der index dann wieder erholt hat und dann ging das hier hinten noch mal so richtig ab aber wie setzt sich denn der nasdaq 100 eigentlich im detail zusammen ist das denn so dass das ein reiner technologie index ist nur mit us amerikanischen unternehmen rhetorische frage nein und ich zitiere hier einfach mal wikipedia im nasdaq 100 sind die 100 aktien der nasdaq gelistet nicht finanzunternehmen mit der höchsten marktkapitalisierung enthalten die sind in diesem index erstmal drin die nasdaq ist die us-handelsbörse die elektronisch handelt und es gibt auch noch den nasdaq komposit der über 3000 aktien beinhaltet auch ein ganz ganz bekannter index aber es gibt kein etf auf den nasdaq komposit eigentlich auch schade sondern nur auf diesen nasdaq 100 und dann ist natürlich die frage nur tech unternehmen nur amerikanische unternehmen wir schauen uns hier mal die zusammensetzung an das ganze ist hier alphabetisch geordnet mit stand juni 2024 und man sieht hier oben apple technologie airbnb ferienwohnungsvermittler mit einer app oder webseiten plattform plattform anbieter also auch wieder tech adobe tech und so geht das dann weiter und jetzt gucken wir hier mal auf die landesflaggen und dann sieht man zum beispiel halbleiter aus uk asml ist halbleiter produzent aus den niederlanden dann sieht man wieder astrazeneca ist dann uk und ein pharmazieunternehmen also wirklich kein technologieunternehmen und so zieht sich das dann hier durch wir haben zum beispiel aus england hier auch ein getränke abfüller coca cola euro pacific partners so heißt dann die company die ist da zum beispiel im nasdaq 100 drin überwiegend ist es aber und das ist die andere wahrheit amerikanische unternehmen und überwiegend tech unternehmen man sieht auch mal immer wieder gut online autohandel ist klar crowdstrike it sicherheitsunternehmen eisenbahnunternehmen csx sind das zum beispiel ist ein textilhersteller der stellt arbeitsbekleidung her und ist ein komplette dienstleister und da sieht man auch dass das ganze doch so ein bisschen durchgemischter ist als man es vermutet hätte eventuell und als nächstes möchte ich mit euch mal den besten etf auf den nasdaq 100 raussuchen und ja die polemische formulierung war ein bisschen mit absicht denn ich suche jetzt mal den für mich am besten geeignetsten etf hier raus ich bin bei just etf habe hier einfach mal nach nasdaq 100 gesucht das ganze habe ich jetzt gerade geordnet nach von größe für mich ist das immer relevant wie groß und vor uns denn so kleinere fonds da wird sehr viel mal abgeändert oder werden in andere jahr umgeformt oder aufgelöst und deswegen gucke ich hier nach der höchsten marktkapitalisierung beziehungsweise von größe und wege mal so ein paar aus und zwar einfach die größten wir gucken dann später noch mal im detail was es da so gibt ich würde jetzt einfach mal wie viel habe ich jetzt so ja sieben habe ich hier markiert die wähle ich einfach mal aus die hier unten die würden auch noch gehen ich lasse das einfach mal draußen sonst wird das hier zu unübersichtlich und ich möchte hier gerne ein detailvergleich machen jetzt sehen wir die hier alle einmal aufgelistet und ich würde sagen wir gucken uns hier erst mal so einen kleinen balken chart an damit wir die performance vergleichen können wahrscheinlich gibt es einige etfs ja seit drei jahren geht nicht maximaler verfügbarer zeitraum ist dann 10 21 bis halt zwölfter siebte 24 und man sieht dass hier alle etfs eine ähnliche grob ähnliche performance haben dazu gleich noch mehr und ein etf ist hier so ein bisschen außerhalb des registers sage ich jetzt mal das ist der invesco nasdaq 100 ist etf hat ein es g rating also ein nachhaltigkeits rating das haben die anderen jetzt nicht und der lief schon mal besser als diese anderen etfs oder indizes besser gesagt der esg etf hat natürlich auch einen anderen index der dem zugrunde liegt und interessant dass der besser lief aber ich möchte gerne vergleichbare indizes haben deshalb fällt er ganz klar hier raus so und den lösche ich ja einfach gleich mal denn wir wollen hier vergleichbare dinge haben da gucken wir mal nach ob man nicht noch einige etfs hier rauswerfen werden in diesem verfügbaren zeitraum ist der etf der hier am besten gelaufen ist alles ein bisschen durchgemischt dürfte sein mit 22 42 68 der mundi nasdaq 100 hier und dann mit 42 70 auch der mundi und der invesco eqqq das ist auch mit der älteste glaube ich der ist auch sehr bekannt auch in den usa ist hier mit 42 44 prozent gelaufen und bevor wir auf diese anderen etfs noch mal eingehen würde ich sagen wir filtern erst mal so ein bisschen rum und gucken ja wo eigentlich die unterschiede liegen und vielleicht kann man den ein oder anderen noch raus schmeißen man sieht hier erstmal die gesamtkostenquote 0 33 war schon relativ teuer ist 0 30 0 31 0 22 ja also der am mundi hier ist am günstigsten und dieser von ein shares den habe ich übrigens auch in meinem eigenen depot keine anlageberatung keine anlageempfehlung hier an dieser stelle aber den habe ich hier zum beispiel dann siehst du die replikations methode physisch physisch und diese beiden am mundi etfs die sind zum beispiel synthetisch invesco ist auch wieder physisch und die synthetische replikation heißt also physisch heißt erstmal dass der emittent tatsächlich die aktien kauft in dem verhältnis in dem sie in dem index auftauchen und die synthetische absicherung ist keine 100 prozentige absicherung so um die 90 prozent ist dieser etf abgesichert mit aktien aber nicht unbedingt die aktien die in diesem index drin sind sondern es können auch andere aktien sein die einfach ähnlich gut performen wenn man die wahl hat würde ich physisch nehmen synthetisch finde ich aber auch gar nicht so dramatisch insbesondere wenn es um dividenden geht synthetisch oft mit vorteilen belastet sage ich mal oder du kannst davon profitieren in diesem beispiel der nestek 100 der hat ja kaum dividenden ist das überhaupt nicht relevant dann als nächstes sieht man hier noch mal auflagedatum der älteste ist tatsächlich hier 7 september 2001 also vier tage von dem 11 september ganz interessant also fast so alt wie die anschläge sind ist hier der amundi tf das ist tatsächlich der älteste hätte ich jetzt gar nicht erwartet zweitälteste ist der invesco eqq danach kommt hier der ishares etf und der ist auch hier mit einer de isin das heißt der hat das von domizil deutschland gucken wir uns gleich auch noch mal im detail an dann kommt hier der amundi aus 2010 beziehungsweise dieser ishares hier aus 2010 dann diese amundi hier aus 2010 und der neueste ist hier der invesco eqq den haben wir hier auch noch drin da gucken wir uns gleich auch noch mal die unterschiede an ob wir nicht wie schon gesagt den einen oder anderen raus werfen können jetzt haben wir als nächstes hier ausschüttungs methode ich würde ich ganz persönlich würde beim nestek auf jeden fall keine ausschüttung nehmen die ist zu klein zu unrelevant dann habe ich da immer wieder einträge im konto über diese ausschüttung daher würde ich das erstmal raus werfen und das ist jetzt wahnsinnig spannend dass dieser große invesco dann rausfallen würde mit dem sehr langen track record und der andere invesco hier 2018 der ist dann relativ neu ok also die performance daten die sind hier im prinzip immer gleich zwischen ausschütten und nicht ausschüttend weil die alles inkludieren auch dividenden von daher würde ich einfach mal diesen die laufen auch relativ ähnlich raus schmeißen weil der einfach nicht so langen track record hat von invesco nur um ihren vergleich zu schaffen am ende würde ich dann wahrscheinlich den thesaurierenden nehmen anstatt den ausschüttenden aber die performance daten ich habe da schon mal ein bisschen nach geguckt die sind dann nahezu 100 prozent identisch dann haben wir hier noch den eyeshares der ist auch ausschüttend wir haben den thesaurierenden hier der ist ein bisschen günstiger auch hier mit 0 31 naja jetzt ist die frage welchen behält man davon deutschland als fondomizil irland ist auch wieder dividenden und steuer optimierter sollte man in der regel präferieren und jetzt vergleichen wir mal die performance zwischen diesen beiden eyeshares nasdaq 100 etfs um mir so ein bisschen zu filtern hier haben wir bei dem ersten wo ist eigentlich der unterschied im namen der eine ist akkumulierend das ist dann thesaurierend und der andere heißt de deutschland ok hier sind war das ist jetzt die übersicht 2010 bis 24 heißt 14 jahre das ist schon mal ganz gut 1249 bei dem standard eyeshares etf und 1229 bei denen in deutschland domizilierten und der ist ja sowieso ausschüttend gewesen und so weiter deshalb haben wir den hier auf jeden fall mal raus so und jetzt hat sich das ganze auch schon so ein bisschen ausgedünnt zahlen wir hier den eyeshares etf in vesco und mit langem track record das ist ja immer relativ wichtig jetzt haben wir hier zweimal am mundi drin die sind beide thesaurierend einer älter einer noch älter einer alt wenn man so möchte kosten unterscheiden sich hier leicht synthetisch die sehen mir erstmal komplett ähnlich aus gut euro ist hier noch hier hinten euro das heißt dass oft dann barmittel in euro gelagert werden aber er ist nicht gehätscht er ist nicht währungs gesichert und für die performance auch vollkommen unterschiedlich so und jetzt gucken wir noch mal die beiden am mundi produkte hier an und da sieht man auch dass dieses produkt akkumulierend mit der nestek 102 variante das ist irgendwas muss sich da verändert haben ich gucke noch mal eben unter rechtliche struktur hier findet man noch weitere informationen und paar kleine dinge genau wer das ganze administriert das hat sich verändert die domizilieren auch in luxemburg und ansonsten gibt es nicht so wahnsinnig viele unterschiede also der acc 2 den seit 2001 gibt das war dieser hier der performt schlechter als den der älter ist guck mal noch mal die letzten fünf jahre uns das ganze an und da ist es so dass auch dieser diese ältere variante mit euro im hintergrund oder als zeichen hier da oben ich suche ich denn jetzt hier dass der besser performt das heißt ich schmeiße den noch mal raus und jetzt habe ich drei etf's in der übersicht das müssen nicht deine lieblings drei etf sein das ist jetzt meine persönliche auswahl gewesen wie gesagt der invesco hier in der mitte den würde ich auch tatsächlich dann gegebenenfalls noch mal austauschen du siehst die fondgröße mit 14,3 7,1 und 1,3 milliarden euro sieht das ganze schon mal relativ groß aus gut aus wir gehen hier noch mal durch der rest irland irland luxemburg genau hier kannst du dir noch des fact sheet und weitere informationen angucken auf die rechtliche struktur gehe ich jetzt gar nicht weiter ein uc ids konform ist klar sonst wären die ja bei uns quasi nicht handelbar steuerstatus kann sie auch noch details zu angucken finde ich auch relativ unwichtig was noch interessant ist wertpapierleihe ja ja bei invesco und iShares gibt es eine wertpapierleihe und bei amundi nicht durch diese wertpapierleihe können die emittenten wertpapiere eben verleihen hier bei iShares zum beispiel an diese partner und erhalten dafür noch weiteres entgelt was positiv für die performance sein kann die zusammensetzung ist jetzt relativ allgemein bei amundi finde ich auch so ein bisschen ist das problem dass die nicht immer so gute daten haben auch auf der webseite auch bei den itf suchmaschinen findet man selten gute daten und ja aktuelle gewichtung microsoft apple nvidia alle somit plus minus acht prozent gewichtet danach kommt hier amazon 5 prozent meter plattform 4,5 broadcom 4,5 alphabet muss man hier zusammen zählen ist man bei 5,4 prozent glaube ich müssten das sein oder 5,5 prozent das heißt alphabet wäre eigentlich hier über amazon von der marktkapitalisierung her costco und so weiter und costco ist auch ein einzelhändler also das ist auch wieder kein wirkliches tech unternehmen zusammensetzung usa 94 prozent sonstige ist auch klar und hier sieht man auch noch mal die sektoren zusammensetzung technologie in der tat 52 prozent sehr technologie lastig ist dieser index telekommunikation im weiteren sinne vielleicht auch technologie kommt darauf an wie man das sieht und dann geht's los mit nicht basis konsumgüter hier mit knapp 13 prozent und basis konsumgüter konsumgüter hier mit 6 prozent alles keine tech werte also sind nicht dem text sektor zuzuordnen würde ich jetzt sagen und sonstige sektoren sind auch noch mal 14 prozent also das stimmt nicht dass da nur technologie drin ist und jetzt kann man hier noch mal ganz kurz so eine rendite übersicht sich hier einholen ich würde sagen wir gucken uns die rendite in diesem chart hier oben noch mal an ich mache hier mal linien chart an ich sage hier mal maximalen zeitraum so und jetzt haben wir hier ja wieder 2010 das sind die ältesten daten die es gibt und wenn wir hier uns das ganze angucken kann man hier kaum noch unterschiede zwischen diesen unterschiedlichen etfs sehen weil die sehr parallel laufen das heißt wir kommen hier mit dem balken chart weiter und in dieser übersicht kann man sehen dass in dieser 14 jahre performance im prinzip so wie sie angeordnet ist müsste die reihenfolge auch richtig sein das heißt performance verlierer ist hier in anführungsstrichen mit nur 1249 prozent der eyeshares nestec 100 etf den ich auch selber habe also nicht das optimalste dann mit 1264 prozent der invesco auf platz 2 hier in dieser übersicht mit 1264 prozent 49 das heißt der hat dann so 15 prozent ungefähr mehr und dann noch mal damit ungefähr halt so 17 prozent mehr 1266 oder 67 muss man ja schon fast sagen prozent performance der mundi etf dass der hier am besten performt hätte ich jetzt so auch nicht gedacht man müsste beim kauf und verkauf noch mal auf die spreads gucken ich glaube da ist eyeshares schon wirklich sehr sehr günstig also hier hat wirklich der am mundi etf am besten abgeschnitten wir schauen jetzt mal hier ganz unten noch mal auf diese zahlen du siehst erstmal alles grün bis auf das jahr 2022 da hat er so knapp 30 prozent auf jahresebene dann auch korrigiert und jetzt schauen wir hier uns mal unterschiedliche performance daten an so ich würde sagen wir gucken uns mal hier die jahres performance an da sind wir hier bei 35 5 36 37 das ist hier wieder der amundi in der mitte ist wieder der invesco und ganz links ist hier wieder der nasdaq und hier sieht dann auch der mundi tatsächlich wieder am besten aus mit fast 1,5 prozent vorne das ist gar nicht mal so schlecht jetzt nehmen wir mal hier die drei jahre da sind wir mit 51,1 51,8 und 52,2 prozent da ist mit ja auch etwas über einem prozent der mundi etf aber da ist dann auch insgesamt der eyeshares etf gar nicht so schlecht gelaufen und der invesco wieder in der mitte und diese performance das ist ganz ganz wichtig beinhaltet alles die kosten und vor allem auch die tracking difference und die tracking difference ist ja auch eine wichtige kennzahl die kann man auch benutzen nur es ist nicht immer ganz klar für welchen zeitraum diese tracking difference pro etf dann angegeben wird ist sie für ein jahr für drei jahre für fünf jahre ist auf jeden fall ein durchschnittswert immer und wenn man die gesamte performance übernimmt wir nehmen jetzt auch mal hier die fünf jahre performance dann ist dort immer alles drin die performance des etfs die kosten und dementsprechend danach auch die unterschiede die ergeben sich dann ja daraus der fünf jahresübersicht sind aber knapp 171 prozent hier beim eyeshares bei 172 prozent also 1,4 prozent oder 1,5 prozent besser gelaufen hier der invesco und dann tatsächlich auch noch mal hier mit wir sind das 2,5 prozent ungefähr hier der am mundi auch in fünf jahren also man sieht dass über ziemlich viele zeiträume nicht nur über sehr kurzfristige das tatsächlich stimmt dass der am mundi am besten läuft danach der invesco und am schlechtesten der eyeshares den ich in meinem depot habe das ist ja ganz wunderbar und ja da muss halt jeder für sich eine entscheidung treffen das war die gesamte performance die war nie vorhin noch nicht gesehen haben weil die zeiträume halt unterschiedlich sind am ältesten ist tatsächlich dieser invesco etf deswegen hat der hier die ja höchste performance weil die ältesten daten hier mit verfügbar sind das kann man dann auch nicht mehr vergleichen auf jahresebene kann man sich das ganze auch noch mal angucken weiß nicht ob das dann immer so spannend ist man kann das auch zu tode vergleichen also volatilität und so weiter kann man sich dann auch noch mal angucken das kann man dann auch im rendite risiko chart sehen das sieht jetzt erstmal aus nach unterschieden aber wenn wir hier die unterschiede sehen zwischen 20,38 prozent und hier unten 20,26 prozent die rendite annualisiert die dann halt höher ist bei diesen anderen beiden etf beim am mundi und beim invesco etf ja die volatilität auf jahresebene ist ja hier ja quasi fast identisch sogar glaube ich auch beim am mundi ein bisschen niedriger also insgesamt ergibt sich hier wirklich das bild dass der am mundi ein richtig gutes produkt zu sein scheint was auch schon länger am markt ist und warum ich jetzt das ganze auch mir angeguckt habe hat folgenden hintergrund in meinem depot habe ich jetzt ich glaube so 18.000 euro nasdaq 100 etf dieses produkt hier von ishares und ich überlege gerade bei einer bestimmten performance sei es 50 prozent oder 100 prozent performance des produkts oder größe des produkt zum beispiel ab 50.000 oder 100.000 euro dann einen zweiten etf auf den gleichen index in mein depot aufzunehmen und das hat ganz einfach den folgenden steuerlichen hintergrund das bedeutet wenn ich da jetzt geld einzahle in diesen etf und ich brauche irgendwann mal das geld raus denn das sollte ja jeder im hinterkopf behalten auch wenn es erst nach 10 20 oder 30 jahren ist irgendwann will man das geld ja auch mal wieder rausziehen und verkaufen dann könnte man den etf nehmen der eine geringere performance hat das heißt dass der zinseszins im etf mit dem plus 100 prozent weiter für einarbeitet und der etf der zum beispiel nur eine performance von ich sag mal 50 oder 20 prozent hat dass man den zuerst auflöst und bei der realisierung bei dem verkauf bei der realisierung der gewinne zeigt man dann weniger steuern deshalb kann man da so eine kleine steueroptimierung mit betreiben und deswegen gucke ich auch gerade danach was könnte dann plan b oder nasdaq 100 etf nummero zwei bei mir im depot sein und da überlege ich halt gerade so ein bisschen welches produkt das sein könnte auf den s&p 500 muss man auch mal gucken bin ich ja auch bald mit meinen 50.000 euro da drin und da schauen wir dann mal ja was ich da nehme und um das ganze so ein bisschen dann später auch begründen zu können vor euch vor mir und so weiter ja gucke ich da jetzt schon mal so ein bisschen rum was es denn da so gibt hast du dir über dieses thema auch schon mal gedanken gemacht hast du da auch schon mal nachgeschaut und vor allem welchen nestek 100 etf hast du in deinem depot und aus welchem grund hast du vorher danach genau recherchiert hau mir deine meinung deine ansätze dazu gerne unten in die kommentare rein überleicht würde ich mich auch wie immer freuen ansonsten wünsche ich dir noch eine renditereiche zeit und bis zum nächsten video dann